Liebe Mama Sabine, schau dir bitte dieses Baby an, der drei gebrochene Beinchen hat. Und auf seinen Beinchen, auf seinen roten Strümpchen, kommt er mir entgegen. Und die sind noch gebrochen, die Beinchen. Und hinten hat er einen Nagel drinnen, der wird jetzt noch entfernt. Er heißt Pinuccio. Pinuccio, respondi! Pinuccio, hattet mich! Hattet mich, Pinuccio! Es ist ein großer Draug. Es ist unglaublich, ein süßer, süßer Popper. Es ist klein, ein kleiner Popper. Hilfe für Pinuccio, sonst muss er ins Tier haben. Schauber! 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 Schauber!